Ähm... Torando, was ist denn los? Bedrückt dich irgendwas? Hm? Wenn's dir nicht gut geht, dann sag es mir. Ich würde alles für dich tun. Nein, mit mir ist alles in Ordnung. Bist du sicher? Du kannst mich alles fragen. Ich kann wie deine Frau sein. Ich stopp deine Strümpfe, versteine Runterwäsche. Ah, ist mir das peinlich. Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich gesagt habe. Aber das macht mich so glücklich. Ich möchte mich sehr glücklich. Ich möchte mich jetzt gerne einmal weg die Brücke. Aber das ist mir lebt. Ich kann auch die Brücke nicht zugeben. Ich kann mich aber nicht zugeben. Ich kann mich an dieser Stelle nachdenken. Vielen Dank.